Moin moin und hallo zu einer weiteren Folge No More Room In Hell. Mit dabei sind wieder einmal der Dave und der Kai von Super Left 4 Games und natürlich ich, der Eddie von Lapp'n'Play. Was geht ab, Leute? Oh, ein Messer am Altar. Wie dann ne Wave Map? Ja, haben wir schon lange nicht mehr. Aber hier sind ganz schön viele Bretter, wir können schön kurz gucken. Ja, ich fang schon an damit. Ja, mach das mal, weil so wie es aussieht, ist das hier der einzige Platz. Es gibt auch hier kaum Waffen. Das ist richtig. Ich bin grad mal ein bisschen raus. Hier hab ich schon mal ne Winchester. Oh, ne Winchester? Ja. Boah, ich find das richtig schrecklich mit dem Barrikaden bauen, weil irgendwie klappt das nicht immer bei mir. Du musst auf jeden Fall rechts erst dieses Bretter anhalten. Ja, ich weiß schon, wie das funktioniert. Aber dann seh ich da auch die Silhouetten, sag ich mal, von den Brettern. Und dann baut der einfach nicht. Weil er sich denkt so, ey, nein, ich bin ein ziemlich krasser Ficker. Achso. Das denkt er sich. Ja, das denkt er sich. Ja, krass. Mhm. Okay, Leute, also ich hab einiges hier gefunden. Man muss nur weit, weit, weit raus. Ja, schlepp mal an. Wieso ist der Def gerade hinter mir an? Ja, ich kann nicht alles mitnehmen. Kann ich leider alles mitnehmen. Und die andere Sache ist die, weil einer von euch einen Schweißbrenner hat, bescheid sagen. Weil ich hab grad ne Tür gefunden, die man ausschweißen kann. Okay. Ah, am Husten. Bisschen Rauch, Alter. Jo. Hier ist ein Scharfschützgewehr, aber hier abgesperrt. Ich hab mich jetzt erschrocken, Alter. Auch mit so einem normalen Schlüssel? Ja, das ist halt so ein Schloss da vorne. Ja, ja. Ähm, ja, da braucht man auch einfach nur einen, äh, Brenner. Ja, Flo ist gut. Alter, war da schon wieder angekommt, ne? Angekommt. Boah, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ist hier die Story-Mission quasi oder hier, ähm, Wave-Map? Wave-Map. Definitiv. Ja, ich find Wave auch ein bisschen anstrengender. Ne, ich mein so vom Erschreckungsfaktor. Ach. Ah, was? Gar keine. Gar keine. Also, ich hab mich schon bei Wave-Map schon ein bisschen eingeschissen. Ja, bei der einen, die war natürlich... Ja. Aber hält natürlich auch sehr schön warm. Ja. Ja, ja, klar. Ja, das war schon spannend. Okay, wir haben hier einen Waffenraum gefunden. Ja, ähm, nicht so weit weglaufen. Stimmt, die sind schon wieder dran da. Die brechen schon... Die sind schon hier durch. Bin schon mittendrin am Kämpfen. Ja, ich komm. Und... Ich will mich so langsam auf dem Weg dahin. Da das ja leider immer noch, äh, Welle 1 ist, will ich noch gar keine Waffen eigentlich, also keine Munition verschwenden. Ich hab sowieso noch keine Schusswaffen. Toll, jetzt kommen wir hier nicht drüber. Ah, jetzt. Haltet die Fressen! Am besten nicht sofort alle töten. Weil wir dann noch rausrennen können, wegen Waffen oder was. Genau. Sobald einer noch lebt, äh, den einen kann man ja noch so lange wie möglich aufhalten. Und, äh, ne? Leg mal jetzt hier... Ich hab hier... Leg mal einfach in der Mitte, die ganze Mitte, die ganze Munition alles hin, okay? Okay, wir haben jetzt hier den vorletzten. Und der eine lebt noch. Also hier in der Mitte liegen schon mal Waffen und so. Wave starting? Ja. Der letzte Zombie lebt doch noch. Ja, anscheinend seltert mich. Das ist natürlich geil. Ich hab auch Munition hierhin geschmissen. Gibt's einen Hammer? Da ist ein Brett. Wo sollen hier Waffen sein? Äh, ich hab... 15 5,56 Munition, ne? Ich schmeiß die einfach alle erstmal hier irgendwo hin. Wenn du es nicht brauchst, einfach irgendwo hinschmeißen. Ähm, so... Ich lauf sowieso grad nur mit dem Hammer rum. Also draußen ist so ein kleines Mausoleum. Da am besten... Da konnte man runter im Keller. Und da war was halt. Ich seh grad im Spiegel, wat für'n geiler Ficker ich bin. Ja, aber gleich kommt halt irgendwie so ein Scare irgendwie. Und dann... Dann hört man den Eddy wieder weinen. Ich finde hier draußen leider nichts. Was los jetzt mit mir hier? Mein Gott, jetzt hat die Schlampe mich getroffen. Ey, können wir nicht einfach hier dieses Schild nehmen? Wo drauf steht, sorry we are closed und das vor die Tür stellen? Können die nicht irgendwie da... Ah, Zombies können die glaub ich nicht lesen. Scheiße. Aber wir haben ein Klavier. Wir können, äh... Erfreuliche Musik spielen. Dieser Ficker ey. Durch... Durch die Tür. Der hätte aber jetzt auch 3 Schläge hier gebraucht. Voll die Cheater ey. Mh... Ok, aber wir müssen einiges noch finden, Guys. Äh... Du hast jetzt selbst auch die Butter kaputt gehauen, ist dir schon klar, ne? Ja. Ok. Ich mein ja nur. Idiota. Selber. Weißt du, ich baue die hier so wunderschön auf und du haust mit dem Hammer einmal drauf und machst direkt zwei Warte halten. Einmal? Ich hab da schon ein paar Mal Anlauf für nehmen müssen. Ja. Aber trotzdem machst du die kaputt. Ja. Wo ist das Problem? Äh... Zombies? Welche denn? Die hier. Ey, du hast grad meinen Nachbarn getötet. Achso. Entschuldigung. Mh... Entschuldigung, mein Arsch, Junge. Tut dir eh nicht leid. Ja, ja. Ich stecke auch wieder. Wie kann der mich erwischen? Boah. Alter Schwede, ey. Ich blute. Ich bin am bluesten wie sonst. In einer Bandage wollen. Nein, ich bin gleich tot. Nee. Ich bin dead. Ja. Ja, mach ja nichts bis hier in der nächsten Welle wieder da. Und soweit wir das überleben. Ja, sind ja nur 17. Was? Ich bin ja auch schon gleich tot. Bin einfach nur so brau. Und blute. 9 HP. Oha. 9 HP. Bin zombifiziert. YOLO. Ich renne einfach mal Impuls raus. Ja. Ich hau so viele mit, wie ich noch kann. Dann hast du noch weniger. Und sobald die Welle vorbei ist... Na. Bin ich dann auch wieder da. Und... Ja, die sind hier schon drin, Alter. Ja und, dann machst du die kaputt. Wie denn? Ja, schlagen. Ach so. Einfach Kopf weg. Bam. Dann war ich weg. Nein. Lauf doch, lauf doch, lauf doch. Du schaffst es, Eddie. Fuck man. Sechs Schuss hier drin. Ja und? Sechs genug. Da, da komm ich. Oh, da bin ich. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Dieser Druck. Oh oh. Nicht raus rennen, Alter. Ja, was soll ich denn machen, Alter. Ja, reingehen und töten. Mach sie alle. Ja, richtig. Wuh, weiter. Fuck, ich bin zombifiziert, Alter. Ja. Ja, macht nichts. Weißt du, wenn die nächste Waves sind, schülpen wir dich und dann ist sowieso egal. Aber da komm ich. Oh, der Zombie-Block. Okay, doch. Scheiße, 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 scheiße. Ich hab... V. V. Ja, ich mach dir ja schon. Oh, war das Lave. Scheiße, ey. Oh. Ja, sorry, Leute. Oh. Ich stehe jetzt von den Toten auf und ich mach das jetzt kein Problem. Ach so. Siehste, ich greif schon hier den Geil an. Boah, fuck, ey. Ja, das dürfte auch nicht machen, ey. Willst du dich allein lassen? Ja. Ich brauche Hilfe von einem Erwachsenen. Du, 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 du... Puh, Mann, ey. Bum, 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 bum. Mach es da. Das ist der National Guard. Oh, da leuchtet es blau Oh, hier ist eine Tür Ah, die ist auch natürlich verschlossen, ey Oh, dann willst du überrochen, unbedingt so ein Brenner Da drin sind Waffen Ich finde aber keinen Ich habe auch noch keinen gefunden gehabt Aber ich bin ja auch nicht überall rumgelaufen Ich laufe jetzt einfach mal komplett hier überall rum einmal Ja, wir waren ja auch schon die ganze Zeit Ah, hier war einer schon von euch? Ja, hier war ich Schau mal hier, was mit? Auf die Birne! Wutz Oh, Killstealer Ja, wenn du die nicht sofort tötest Geht doch Irgendwo muss doch ein Brenner sein, da gibt es doch nicht Nicht, dass wir gleich Wie heißt denn nochmal? Smitty, Werber, Jagerman, Jensen ausgraben müssen Denn er war die Nummer 1 Ja, der hat bestimmt nen Brenner Er war die Nummer 1 Dave, wo bist du? Was war das? Ich war gerade im Keller Ey, voller Keller Kind, Alter Ey, voller Keller Kind, Alter Du Hure Ich werde jetzt einfach nur mal ganz kurz erkunden Ob wir überhaupt so irgendwie ne Chance haben Irgendwas hier draußen noch anderes zu finden Außer den Tod, meinst du? Ja, außer den Tod So ne Atombombe oder sowas, weiß ich nicht So ne Atombombe oder sowas, weiß ich nicht Ich hab ein Stück Schaden gemacht dem Zombie Und der stand drunter Ja, das hatte ich vorhin bei der Walking Dead Map Uah! Ah, daneben Ich bin ausgewichen Plus 1 Agility Ja, also ich find hier echt gar nichts Ja, ich auch nicht Keine Waffen, kein nix Naja Waffen hab ich auch diesmal nicht gefunden Ich bin gerade nur dabei, irgendwie das Haus zu verteidigen Weil die sind schon wieder die ganze Zeit da dran Hier einzubrechen Ja, du machst halt schon Ja, ich hoffe Ja, ich für dich auch Nein, Gott Oh, wir sind schon in der zweiten Welle Uah! Ohne Witz, ich mach das nicht mehr lang War kein Wunsch mehr? Nee, ich bin gleich tot Komm Ich hab irgendwas angemacht Das ist gut Oh Gas Alter, raus Oh mein Gott Alter, ich hab Gas angemacht Wow, ich hab auch Gas angemacht, indem ich gefurzt habe Kurla mean borders raus Back Hier, hier hatte ich letztens ja...guck mal hier ist auch die Wagner die Waffe Wenig Das ist ja langweilig Ist gar kein Sinn. Ist gar kein Gas. Das ist Luft. Reiner Sauerstoff. Oh mein Gott, wir pumpen den Zombies Sauerstoff einfach rein. Scheiße. Tja, da hat man jetzt nicht ganz so viel von. Das ist ein Weg. Kann ich. Jupp. War auch. Aber wir stellen uns eigentlich gar nicht mal so doof an. Nun ist der Kai nicht. Der ist ja sonst immer voll der Loob. Und wir packten mal alles direkt beim ersten Mal. Aber diesmal? Diesmal, also ich lebe auch. Das hat schon was zu bedeuten. Aber ihr stellt euch eigentlich doch als Noobs an. Weil ihr habt schon wieder keine Waffe gefunden. Ich lauf hier rum. Und hab direkt wieder eine Waffe gefunden. Du Noobie. Will die einer von euch haben? Noob, 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 noob. Ne, ich hab nen Vorschlag, aber der reicht mir. Zombifiziert. Aber nicht ernsthaft jetzt. Ja, dann lass dich töten. Ja, verpiss dich mal, geh raus. Ne, ich hab noch. Töten, töte so viele Zombies noch wie du küsst. Lass dich dann töten. Weil du kommst dann in den ersten Wellen wieder. Und bist dann nicht mehr zombifiziert. Ich schmeiß vorher noch alle meine Items auf und wohne hier. Ja, das ist ne super Idee. Oder verballert vorher erstmal die ganze Munition. Vielleicht muss ja noch so viel zombifizieren wie geht. Ja, am besten mit ne Machete dann. Oder was auch immer deine Schlagwaffe ist. Ach so. Boah, zwei mit einem Schlag, Alter. Nur auf meinem Kanal. So, Hammer Time. Ich glaub ich töte mich jetzt. Du musst dich jetzt auch nicht besonders doof anstellen. Nur weil du... So, ich hab mich auch mal getötet, weil ich hätte auch kaum noch Leben. Wie? Ey, ich bin der Einzige und ich hab keine Waffe. Ich hab Vorschlaghammer, das war's. Wirklich, ernsthaft jetzt. Ja, du machst das schon. Nee, mach ich nicht. Also ich hab ganz Zeit mit... Ich hab ganz Zeit mit Machete. Los, Eddie! Hilfe! Los, Eddie! Los! Los! Scheiße, das Wandschrank! Fuck! Hilfe! Los! Ey, der... Der verfolgt dich die ganze Zeit. Ja! Wow! Nice! Awesome! Alter, Schäle. Awesomeness, Alter. Fuck, Mann. Nur noch sieben. Wo ist denn hier ne Waffe? Da ist ne Waffe. Die ist leer. Scheiße! Okay, was haben wir hier alles denn? Fuck, 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 fuck! Da ist ein... Nee, da ist ein Motto-Doktel dran. Wo haben wir denn nen Brenner hier? Kann doch nicht... Puh, Alter Scheiße. Ganz ruhig, Mann. Nee, ich bin grad richtig angespannt, Alter. Mir geht die Pumpe. Dann trink dir einen. Nee. Es kommen noch zwei. Hier hab ich schon wieder einen gehört. Glaub ich. Ja, ja, ja. Oh, la. Die leere Waffe ist so gut. Alter Scheiße. Jetzt muss ich aber wieder rausrennen. Irgendwo sind meine Waffen nämlich. So kann sein, dass ich jetzt gleich wieder sterbe. Können wir uns nicht einfach irgendwie... Jeder sucht sich eine Tür aus, bleibt an der Tür stehen mit nem Vorschlaghammer oder so und haut dir einfach nieder? Können wir machen. Können wir machen. Können wir machen. Einzige Sachen. Ja, gut, dann... Ich hab jetzt keine Sachen mehr. Ah, fuck! Scheiße, die kommen schon. Die kommen schon rein. Die kommen schon rein, alle. Ja. Und ich wurde schon zombifiziert. Warte, was machst du denn? Ey, stirb! Ey, Alter! Steep Attack hier an? Ehrlich, jetzt? Ja. Scheiße, zwei Runner sind drin. Zwei Runner sind drin. Du hast mich, glaub ich, geschlagen und ich hab halt abgeführt. Scheiße. Ja, ich bin zombifiziert und ich blute. Da 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 walking. Da 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 walking. Da 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 walking. Ihr habt da, ich renn weg. Ich renn weg, solange ich noch kann. Ja, ich bin zombifiziert und ich blute. Ja, ist auch schon mal was. Ich boxe mich jetzt mit ner Frau. Ich hab ne Frau im Boxkampf erledigt. Darauf bist du stolz, richtig? Ich bin sicher. Und bin tot. Geil. Ich lebe als Einziger. Ich lebe als Einziger, hab meine Waffen nicht gefunden und bin tot. Ja, ich steh grad auf wieder. Ja. Ich glaub, das war's dann auch. Ja. 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 Mann, jetzt meine Waffen? Was soll denn das? Bei drei Leuten kommen wir hier nicht wirklich weiter. Nee, also... Naja, wir stellen uns auch ein bisschen dumm an, weil ich ja ganz ehrlich bin. Ja, aber dann machen wir jetzt auch jetzt mal wieder ein Folgenpolschen und dann sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt. No more room in hell. Au revoir. See y'all. Also... ...